Die Menschen glauben gerne an Märchen. Sind Sie bereit? Selbstverständlich. Und woran glauben Sie? Ich glaube, dass die Bilder, die wir uns von den Menschen machen, am Ende oft realer sind als die Menschen selbst. Und ich schrie ihn an, Jack. Jack, kannst du mich hören? Jack, ich liebe dich, Jack. Menschen brauchen eine Geschichte. Sie sollen wissen, dass wahre Menschen hier tatsächlich gelebt haben. Ich habe mich an die Kluft gewöhnt zwischen dem, was andere glauben und dem, von dem ich weiß, dass es wahr ist. Und wie sollen sich die Menschen an ihn erinnern? Ich will einen Trauerzug mit Pferden, mit Soldaten. Wieso machen Sie das, Mrs. Kennedy? Alle sollen mit mir um ihn weinen. Was ist in dich gefragt? Tun Sie das nicht. Ich werde neben seinen Sarg laufen. Wenn es sein muss, auch allein. Ich bin nicht mehr die First Lady. Irgendwann verlor ich den Überblick. Was war echt? Was war nur gespielt? Ich schätze, Sie lassen nicht zu, dass ich irgendetwas davon veröffentliche. Nein. Denn das alles habe ich nie gesagt. Das ist etwas gefehlt. Tschüss, denn das ist ein Barsch und Zest. Oder wiesent ihr euch in den Nachrichten. gab es kein Barsch. Die Barsch und Barsch und Barsch. Das ist ein Barsch. Das war ein Barsch. Glockenzeichen. Vielen Dank.